Mein Name ist Peter Scherer, ich trainiere seit 1998 Brasilien Jutsu, habe 2007 mein Black Belt von Roca Gracie bekommen, 2010 meinen ersten Darm, 2013 meinen zweiten Darm und trainiere seit zwei Jahren als Trainer in der Marke UV Köln hier das BJJ. Das Training baut sich auf, wie überall in den traditionellen Sportarten, die größten an, familiär wird sich dann die Hand gegeben, wir gehen runter zum Boden, fangen an unsere Bewegungslehren am Boden zu machen, mit Partner oder ohne Partner, Bewegungsdrill am Partner ist sehr wichtig für das Sparring später, für die Technikerserie, nach den Drills werden Technikenserien abtrainiert, die sehr auch wichtig sind für das Sparring, das Umsetzen auf den Meisterschaften, auf den Wettkampfen, nach dem Technikentraining gehen wir alle runter, machen uns noch etwas locker und danach wird gespart, alle Gürtelrollen miteinander, ob Weiß, Blau, Pöpel, Brau und Schwarz, wird untereinander gerollt, ausgetauscht, damit jeder neuen Partner bekommt, höhere Gürtel, niedere Gürtel, damit alle voneinander profitieren und alle voneinander lernen können. Jeder ist hier bei uns herzlich willkommen in der Marke UV Köln und das Familie BJJ hier in der Marke UV Wir freuen uns auf jedes Mitglied, was zugestoßt.